Ich hoffe, einige der Pressefussels hören zu hier. Jetzt gibt es eine kleine Geschichtsunterrichtsstunde. Nee, Stunde wird es nicht dauern. Nee, dauert nämlich gar nicht lang. Ist so einfach, dauert nur ein paar Minuten. Und das müssen auch alle Menschen, die in der verfassungsgebenden Versammlung jetzt sind. Und dann ein Telefon stellen nach außen. Die müssen das wissen und die wissen das auch. Ja, die wissen das auch. Also, und was war denn da am 3.10.? Am 3.10.1990, so ist uns gesagt worden, war die juristische Wiedervereinigung der Bundesrepublik und der DDR. Von dem Rest hat sowieso schon keiner mehr gesprochen. Ja, aber gehen wir mal einfach davon. So, schauen wir mal, ob das sein kann am 3.10.1990. Ich sehe Herrn Kohl noch mit seiner Frau, die ja damals natürlich auch noch lebte, und einigen anderen auf einem Podest stehen und große Reden halten und die Menschen jubeln und die Böller fliegen durch die Luft und explodieren. Und große Freude, umarmung und hasse nicht gesehen, am 3.10.1990 sind also die neuen Länder der DDR, der alten Bundesrepublik über den Artikel 23 des Grundgesetzes beigetreten. Und so heißt es. Ja, ist aber schlecht, ne? Warum ist das schlecht? Weil es die doch noch gar nicht gab. Die kamen doch erst später. Wie ging denn das? Ja, dann fangen wir mal rückwärts an. Also die neuen Länder. Wer in der DDR gelebt hat, weiß das, dass zu der Zeit die DDR in Bezirke eingeteilt war. Nicht in Länder, also Bundesländer oder sowas, sondern Bezirke. Und diese Bezirke waren also aufgefordert, sich zu Bundesländern zusammenzuformen. Das haben sie auch getan. Und zwar haben sie das getan, juristisch, man muss ja immer, ist ja alles juristischer Kram, ne? Juristisch haben sie das getan, am 14. Oktober 1990. Das ist ja komisch. Die haben sie also am 14. Oktober 1990 zu neuen Bundesländern formiert und sollen aber schon am 3. Oktober beigetreten sein. Das ist ja mal juristisch nicht möglich. Also nicht wirklich. Nur in einer Traumwelt mit Rosa Wölkchen und so. Und dazu kommt noch, dass am 3.10. wo die noch gar nicht gegründeten Bundesländer aus der ehemaligen DDR dem Grundgesetz Artikel 23 beigetreten sein sollen, dass dieser Artikel 23 schon am 17. Juli 1990 und nach Bundesgesetzblatt, was auch schon eine ziemliche Dreistigkeit ist, dass er es dann bekannt zu geben, aber immerhin. Mit dem Bundesgesetzblatt Seite 885 890 vom 23. September 1990 mit der Rechtswirksamkeit 29. September 1990, also auch vor dem 3. Oktober 1990, schon gestrichen und aufgehoben war. Da haben wir also versucht, noch nicht gegründete Länder DDR einem gestrichenen Artikel des Grundgesetzes beizutreten, was natürlich überhaupt nicht geht. Dazu muss man doch wissen, das wissen die Allerwenigsten, wenn nur Rechtsanwälte, zumindest die, die in der Schule aufgepasst haben und nicht nur auswendig gelernt haben, dass man einen gestrichenen Artikel nicht neu beschreiben darf. Er ist gestrichen und aus. Die Streichung, wie gesagt, ist in dem Bundesgesetzblatt als weggefallen, festgehalten und veröffentlicht, und jetzt ab diesem Zeitpunkt gibt es nichts mehr an Artikel 23. Das ist der erste Punkt. Jetzt gäbe es höchstens noch ein Artikel 23a, 23b oder so, oder 23.1. Das hätte man machen können, aber nicht noch einmal den gleichen Artikel beschreiben. Wie gesagt, das war Punkt 1. Punkt 2 ist, dass der Artikel 23 von den alliierten Vertretern ja nicht umsonst gestrichen wurde, weil ihnen gerade kein anderer aufgefallen wäre. Nein, nein, sie haben mit voller Absicht genau diesen Artikel gestrichen. Und dieser Artikel, wenn man da mal reinschaut, vor 1990, was da drin stand, dann sieht man, dass da der räumliche Geltungsbereich dieses Grundgesetzes gestanden hat. Und wenn ein Gesetz keine Stimmung hat, es gibt ein Zitiergebot und so weiter und so fort, keine Bestimmung hat, wo es denn gilt, dann ist in diesem Moment das Gesetz nichtig. Jetzt kommen die großen Schlaumeier und behaupten, das steht ja jetzt in der Präambel. Ja, ihr Schlaumeier, eine Präambel ist und war noch nie Bestandteil des Gesetzes. Ja, Retschi? Ja, ich wollte nur sagen, im alten Grundgesetz im Artikel 23, bevor er gestrichen war, der hieß wortwörtlich, dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen und zählt so auf, praktisch der westdeutsche Teil, die Bundesländer, die es dort gab. Und dann steht da, in anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. So, jetzt war es aber weg. Also der war ja leer, der war weg. Und was weg ist, ist weg. Das kann man nicht einfach neu beschreiben und dann mit Ländern, die ja erst viel später gegründet wurden und sie stehen ja auch heute noch nicht drin. Sie stehen ja nur noch in diesem komischen Vorwort und da steht auch was von der EU. Jedenfalls in meiner Ausgabe und die ist von 2010. Mhm. Und dann ist ja noch etwas passiert. Durch die Streichung des Artikel 23 und damit der Aufhebung des Grundgesetzes von 1949, also der Besatzungsordnung oder des Besatzungspapiers gleichbedeutend, ist noch was passiert. Nämlich, dass die Gebietsfrage geklärt wurde. Denn, wir haben das heute auch ein bisschen ergänzt, um es zu verdeutlichen, auf der Seite der verfassungsgebenden Versammlung, direkt vorne auf der ersten Seite, hier ist das Volk, das steht also jetzt, genau zuhören. Willkommen zur völkerrechtlich relevanten Vollversammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland, so soll er heißen und wird er heißen in Zukunft. Im Rechtsstand der verfassungsgebenden Versammlung vom 1. November 2014, für sämtliche Gebiete in den völkerrechtlich anerkannten Grenzen der Außenministerkonferenz in Moskau von 1943, dem Londoner Protokoll von 1944, wie der Potsdamer Konferenz von 1945, im damit übereinstimmenden Gebietstand vom 18. Juli 1990 um 0 Uhr eine Sekunde. So wie hilfsweise und vorsorglich, das ist jetzt im Moment in dieser Beziehung nicht ganz so wichtig, aber später schon. Also, nachdem James Becker, der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika und Eduard Shevardnadze als Außenminister der Sowjetunion oder der Russischen Föderation als Rechtsnachfolger, die Streichung des Artikel Grundgesetzes vorgenommen hat, wurden die Bestimmungen aus der Außenministerkonferenz in Moskau, dem Londoner Protokoll von 1944 und vor allen Dingen der Potsdamer Konferenz von 1945 aktiv gestellt. Und diese Aktivbestellung oder Stellung, da muss man jetzt mal in die Potsdamer Konferenz beispielsweise sehen, die sagen eindeutig aus, Deutschland als Ganzes aus der Sicht der Alliierten sind die Grenzen vom 31. Dezember 1937. Dies bedeutet, dass ab 18. Juli 1990 erstens die Rechtsgrundlage, auf der die gesamte politische Klasse gewählt worden ist seit 1949 bis 1990 im Juli erloschen ist. Damit sind ihre Jobs erloschen. Sie hatten keine Rechtsgrundlage mehr weiterhin irgendein Amt zu bekleiden, weil das Besatzungsorgan und das Besatzungspapier aufgehoben wurden. Sie waren nicht mehr tätig für die Alliierten. Und dieses nicht mehr tätig für die Alliierten, weil sie wie gesagt die Gesetzesgrundlage nicht mehr hatten, die war ja weg, gab ihnen kein Recht mehr, auch nur eine Sekunde länger, um über Deutschland als Ganzes zu befinden, und zwar in den rechtlich, völkerrechtlich verbindlichen Grenzen vom 31. Dezember 1937. Das Bundesgesetzblatt klärt darüber dann noch einmal auf, aber wie gesagt, es gibt Fresten, in denen so etwas zu veröffentlichen ist. Diese Fresten sind nicht eingehalten worden. Nach der Konferenz in Paris, wo die Streichung des Artikel 23 stattgefunden hat, gibt es Bilddokumente und Tondokumente, wo Herr Genscher den Journalisten untersagt und verboten hat, auch nur ein einziges Wort über die Streichung des räumlichen Geltungsbereiches zu verlieren, weil sie etwas Zeit brauchten, eine Mickey-Maus-Nummer für die Deutschen, für das deutsche Volk, damit letztendlich auf alle anderen Völker erst zu entwickeln und zu entwerfen. Und diese Zeit haben sie auch genutzt. Zwischen dem 18. 7. 1990 und dem 3. Oktober 1990 ist eine Menge passiert. Da wurde unter anderem die BRD Finanz GmbH in Frankfurt gegründet, die vorher aus einer alten Firma aus der DDR wurde rüber geholt nach Frankfurt mit 25.000 D-Mark befüllt und dort wurden ab sofort die Finanzgeschäfte abgewickelt. 40.000 Städte und Gemeinden haben Informationen und Briefe bekommen, dass sie sich eine sogenannte Danz-Nummer zu besorgen haben, weil sie ab sofort nur noch als privatwirtschaftliches Unternehmen agieren können. Und wer diese Nummer nicht hat, wird von international nicht als Unternehmen erkannt. Das alles ist gemacht worden, in diesem Zeitraum, bevor man dann am 23. 9. wohl ziemlich fertig war mit dieser Sache und dann hat man das Bundesgesetzblatt rausgegeben. Erst dann, also zwischen dem 17. 7. und 19. September, zwischen Juli und September, in diesem Zeitraum, hat man die Umkonstruktion vorgenommen und dann auch noch den juristischen Fehler gemacht. Das hat man sich offensichtlich nicht getraut. Die Streichung des Artikel 23 hinter den 3. Oktober zu legen. Ne, man hat ihn so knapp davor, ganz knapp davor, rechtswirksam 29. 9. 3. Oktober. Ja, man hat also einen Volksbetrugstag vorbereitet. Die größte Lüge aller Zeit. Also 1990 wurde dann praktisch durch den regierenden Halunken Kohl und Demisier war das jemals auch. Praktisch die Einheit organisiert. Tja, und man hat geglaubt, 45 Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges haben die Deutschen geglaubt, endlich wieder in einem gemeinsamen Staat zu leben und die Realität sieht, wie wir es ja nun auch wissen, oder viele, ganz eigentlich ganz anders aus. Es fand also nie im Sinne der Juristerei eine Wiedervereinigung in dem Sinne statt. Es sind zwar die Grenzen verschwunden oder die Mauer, aber man hat eigentlich nur ein großes Wirtschaftsgebiet geschaffen, zusammengelegt und hat im Prinzip die ostdeutschen Gebiete geplündert. Das Betriebskapital und so weiter. Und das steht ja auch im Artikel 133 in ihrem Grundgesetz. Das vereinigte Wirtschaftsgebiet. Nichts damit Staat. Ja, so sieht das aus. dann die Leute wählen noch Parteien in diesem Gebilde. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie kann so ein Gebilde, ein Wirtschaftsgebiet, also eine Firma, wenn man so lapidar sagen will, oder so banal, wie kann die Parteien haben, die politisches Sagen hat? Das passt doch gar nicht. Da müsst ihr Firma, hat politische Parteien, die ein Land regieren können und die sich zur Wahl stellen. Das kann doch gar nicht sein. Das passt doch gar nicht. Da muss man doch mal aufwachen. Das muss einem doch logisch im Kopf sein, dass ich dann keine dieser Parteien wählen kann, weil sie mich betrügen. Das ist ein riesengroßes Schauspiel und weil da gar nichts. Ja dazu kommt noch der absolute Oberhammer des Tages. Das heißt, bisschen vorher passiert, aber es gehört ja auch zum 3. Oktober dazu. Die Durchstreichung des Artikel 23 und damit des Besatzungsstatuts und des Besatzungsmittels und des Besatzungspapiers ohne in einem Job befindlich sich zu befinden haben diese Politiker etwas ganz Tolles noch dazu gemacht. Denn wir haben ja vorhin gehört dass das Potsdamer Abkommen füllt werden musste in welchem die Gebietsgrenzen festgeschrieben sind mit dem 31.12. 1937 Das sind die Grenzen vor Adolf Hitler und nach dem Ersten Weltkrieg also die Grenzgebiete der sogenannten Weimarer Republik lassen wir die mal außen vor was die wieder war nur zur Gebietsdefinition das ist das man hat das praktisch zurück gesetzt auf den Stand vor Adolf Hitler ja so und das hat man dann bestimmt das soll es sein so und genau das ist im Juli 1990 auch freigegeben worden indem man die Besatzungskanzler Deren Politiker Anhang allesamt gefeuert hat und was machen die sie fummeln an dem Gebiet von Deutschland rum aus dem Potsdamer Abkommen und geben ungefähr 40% des Landes einfach weg obwohl sie in gar keinem Amt mehr waren und stutzen das Deutschland auf die heute bekannte Bundesrepublik zusammen mit welchem Recht bitteschön am 16. September 1990 war Hans Dietrich Genscher in Moskau eingeladen und Gorbatschow hat mit ihm er wollte mit ihm die Übergabe der Gebiete besprechen weil Russland Polen seit dem Zweiten Weltkrieg eine Verwaltung einen Verwaltungsauftrag erteilt hat und diesen Verwaltungsauftrag schon aufgekündigt hatte und der Herr Genscher meinte dann dass sie die Gebiete gar nicht mehr haben wollten obwohl er in keinem Amt mehr war und das ist für mich eine ganze Geschichte die man noch vielleicht lustig finden kann der absolute Oberhammer weil dann diesem Gebiets an dieser Gebiets Verweigerung und dem Umstand damit kein Staatswesen errichten zu können weil ja ein Stück fehlt an diesem Umstand sind inzwischen Millionen von Menschen auf diesem Planeten gestorben und ermordet worden weil die Potsdamer Bestimmungen nicht erfüllt wurden sind auch noch die Amerikaner hier und tun so als hätten wir immer noch den 18. 7. 1990 und solange die bundesdeutschen Heinis nicht endlich verschwinden tun wir einfach so als wenn wir das nicht bemerkt hätten ab 18. 7. 1990 ist die Aufhebung des Besatzungsstatuts und die Abarbeitung bis ins letzte Detail zwar erfolgt aber noch nicht faktisch abgearbeitet und abgeschlossen dazu braucht man heute genau das was man am 18. 7. auch gebraucht hätte nämlich eine verfassung gebende Versammlung über das freigegebene Gebiet aus dem Potsdamer Abkommen für die Grenzen für die deutschen Gebiete in den Grenzen vom 31. 12. 1937 30 und das ist dann auch noch nicht alles aber das ist erstmal der Schritt der eigentlich schon getan war Mas es vor haben oder dann flood